Während der Volkskongress tagt, meldet Wuhan keine einzige Neuinfektion. Auch die Erkrankung von medizinischem Personal mit Covid-19 wird gezielt vertuscht, die Akten gefälscht, die CT-Scans unter Verschluss gehalten. Das berichtet später die Leiterin der Notaufnahme des Zentralkrankenhauses, iFen. Die Parteiaufsicht der Klinik verbietet ihr Kollegen zu warnen. Das hat dramatische Folgen. Eine anonym veröffentlichte Liste der Steuerbehörde beziffert die Zahl der erkrankten Ärzte und Pfleger am 20. Januar auf rund 500. Offiziell ist von 14 die Rede. Auch nationale Stellen sind früh in die Vertuschung eingebunden. Die Gesundheitskommission in Peking weist am 3. Januar mehrere Testlabors an, Speichelproben von Infizierten zu vernichten oder an ausgewählte Labors zu übermitteln. Zu diesen zählt ein Shanghaier-Labor unter der Leitung des Virologen Chang Yongzeh, der als erster eine Gensequenz des neuartigen Coronavirus auf einer der führenden internationalen DNA-Sequenz-Datenbanken der amerikanischen Genebank veröffentlichte. Am nächsten Tag wird sein Labor ohne Angaben von Gründen geschlossen. Erst dann, am 12. Januar, schickt China erstmals Gensequenzen des Virus an die WHO. Im Bericht der WHO-Mission, die das Land im Februar bereist, wird dieser Vorgang offenbar auf Druck Chinas später, auf den 10. Januar, vordatiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017